Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank und herzlich willkommen hier beim 3SAT-Festival in Mainz. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Vince Ebert. Ich bin diplomierter Physiker. Hallo, Ladies. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich immer große wissenschaftliche Themen in meine Programme packe. Und deswegen steht der heutige Abend unter dem Motto Evolution. Das Geheimnis des Lebens. Wie hat sich das Leben entwickelt? Warum ist der Mensch und nicht die Kakerlake am Drücker? Ist der Musikantenstadel mit der Evolutionstheorie vereinbar? Ja, super Foto, oder? Ja. Links bin ich. Ja, rechts ist Heiner Geißler. Nein, rechts, das ist Sina. Eine 13-jährige Schimpansendame. Und es war wirklich toll. Ein 5-stündiges Fotoshooting mit einer 65 Kilogramm schweren Schimpansin, die übrigens eine unfassbar hohe Tagesgage hatte. Ich sag mal, für die Kohle hätte ich auch locker Til Schweiger bekommen. Aber der hätte sich nicht so gut artikulieren können. Nein, es war wirklich toll zu sehen, wie menschlich so ein Tier ist. Und wie tierisch wir Menschen. Ich meine, kein Wunder, denn 98 Prozent unseres Erbmaterials sind komplett identisch. Unsere Entwicklungslinien haben sich erst vor rund 5 Millionen Jahren getrennt. Das klingt jetzt ziemlich viel, aber würden Sie eine Menschenkette bilden, in der sich Ihre Mutter, Ihre Großmutter, Ihre Urgroßmutter und so weiter und so weiter an den Händen hielten und würden Sie in München anfangen, dann werden Sie bereits in Mannheim bei unserem letzten gemeinsamen Vorfahren angelangt. Ja, und wer schon mal in Mannheim war, der weiß, wovon ich rede. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber evolutionsbiologisch gesehen ist kurpfälzisch, also Mannheimerisch, kein Dialekt in eigentlichem Sinn, sondern die Folge einer Gaumenfehlstellung. Ich meine, das ist jetzt nicht beleidigend, denn der Grundgedanke der Evolution, Survival of the fittest, der bedeutet ja nicht, dass sich der Schnellste, der Stärkste, der Intelligenteste durchsetzt, sondern der Bestangepasste. Und wenn Sie in Mannheim-Hochdeutsch sprechen, werden Sie gnadenlos aus dem Genpool aussortiert. Anpassung ist das wichtigste Kriterium fürs Überleben. Nehmen Sie zum Beispiel hier das Bärtierchen. Das ist so ein kleiner, wirbelloser Moosbewohner. Aber dieses Tier kann eine tausendfach höhere Röntgenstrahlung aushalten als wir Menschen. Unfassbar, oder? Was eigentlich ein Quatsch ist, als wirbelloses Tier musst du eh nicht zum Röntgen. Aber die Evolution treibt die wildesten Blüten. Was zum Beispiel, glauben Sie, ist das größte Landlebewesen der Erde? Gestern hat jemand gesagt, meine Mutter. Viele sagen Elefant, aber Elefant ist falsch. Es ist ein Pilz. Es gibt Hallimarsche, die erstrecken sich im Boden über neun Quadratkilometer. Das sind über tausend Fußballfelder. Das heißt also, wenn Sie wirklich mal eine spektakuläre Naturerscheinung sehen wollen, dann müssen Sie nicht groß in die Serengeti fahren. Blick ins Badezimmer reicht vollkommen aus. Leben ist faszinierend und vielfältig. Und wir Menschen sind alles andere als die Krone der Schöpfung. Schweine haben die Intelligenz von Fünfjährigen. Wenn sie Kinder haben, das gilt auch umgekehrt. Und dennoch gibt es auch unfassbar dämliche Tiere, die sich irgendwie durch die Evolution durchgemogelt haben. Tierfilmer haben beobachtet, dass Truthähne, während schwerer Regenfälle mit geöffnetem Maul nach oben gucken und dadurch ertrinken. Mannheim, Mannheim. Man glaubt übrigens, dass das erste Leben auf der Erde, auf diesem Planeten, vor rund zwei Milliarden Jahren etwa begonnen hat. Vor zwei Milliarden Jahren gab es auf der Erde gerade mal primitive Einzeller. Wobei das Wort primitiv ziemlich relativ ist. Eine primitive Salmonelle besteht aus etwa genauso vielen Bauteilen wie eine Boeing 747. Da bekommt der Song Flugzeuge im Bauch eine vollkommen neue Bedeutung. Allein in unserem Darm tummeln sich drei Kilogramm Bakterien. Unser Hirn wiegt gerade mal die Hälfte. Wer hat hier eigentlich das Sagen? Wir haben doppelt so viele Darmbakterien wie Gehirn. Wahrscheinlich kommt deswegen oft so einen Scheiß raus. Dabei leben wir nur, weil uns Bakterien mit allem versorgen. Wir können nicht ohne Sie, aber Sie können problemlos ohne uns. Es ist Ihr Planet. Sie erzeugen Sauerstoff, reinigen das Wasser, machen den Boden fruchtbar. Pro Tag machen 10 Billionen Bakterien in unserem Darm die Drecksarbeit. Aber haben wir es Ihnen jemals gedankt? Ich finde, wir können das an der Stelle einfach mal machen. Wir könnten uns alle mit einem freudig erregten Danke-Bakterien bedanken. Auf drei. Eins, zwei, drei. Danke, Bakterien. Und nochmal, danke, Bakterien. Und merken Sie schon, wie Sie Ihrem Bauch kribbelt? Das sind Ihre Bakterien, die sagen, gern geschehen. Ich finde es schade, dass Bakterien in unserer Gesellschaft so unbeliebt sind. Was wahrscheinlich auch ein bisschen an Ihrem Aussehen zu tun hat. Vom Kuschelfaktor ganz weit hinten. Ich meine, da hat so ein Panda-Bär schon leichter. Weil er so süß ist. Aber was bitte hat ein Panda-Bär jemals für uns getan? Nichts. Null. Gar nichts. In Wirklichkeit ist der Panda-Bär ein eingebildeter kleiner Schnösel. Ja. Der hat ganz bewusst seine Fortpflanzung eingestellt. Und wissen Sie warum? Damit er nicht die Top-Position auf dieser roten Liste gefährden will. Für das ökologische Gleichgewicht ist dieser Panda-Bär vollkommen egal. Aber trotzdem gibt der WWF Millionen dafür aus, um dieses Vieh irgendwie zum Kopulieren zu bringen. Die Wärter vom Pekinger Zoo, das muss man sich mal vorstellen, haben diesen Viechern sogar Pornos vorgespielt, um sie zu animieren. Und man fragt sich, was waren das für Pornos? Von Menschen? Von Menschen in Panda-Kostümen? Von Menschen in einem Fiat Panda? Wenn dieses blöde Vieh keinen Bock auf Fortpflanzung hat, dann lasst es doch in Gottes Namen aussterben. Wenn der Panda-Bär aussterbt, geht mir das am Arsch vorbei. Wenn das Darmbakterium aussterbt, kann ich nicht mehr kacken. Entschuldigung. Ja, aber wenn du unvorteilhaft aussiehst, bist du unbeliebt. Auch bei höheren Lebewesen. Hyänen zum Beispiel. Ja, Hyänen. Hyänen sind tolle Tiere. Die kümmern sich aufopferungsvoll um ihren Nachwuchs. Wenn eine Hyäne einsam ist, stößt sie einen Schrei aus und die anderen kommen, um sie zu trösten. Wie süß ist das denn? Nach der Jagd würgen die das vorverdaute Fleisch wieder hoch und verteilen es im Rudel. Beim Menschen heißt das Junggesellenabschied. Aber weil diese armen, armen Hyänen so geduckt und so verschlagen aussehen, finden wir sie blöd. Im Gegensatz zu diesem scheiß Panda-Bären. Oder noch schlimmer, den Löwen. Ach, Sie denken jetzt, Löwen sind doch tolle Tiere, König der Tiere. Hahaha, Blödsinn. Ich sag's ungern. Nein, ich sag's gern. Löwen sind Arschlöcher. Wussten Sie, dass Löwen 70% ihrer Beute von Hyänen klauen? Jaja, die warten ganz groß, kutzig und arrogant hinter dem Busch, bis diese fleißigen, sympathischen Hyänen die Beute erlegen. Und dann kommen die raus, verscheuchen die und sichern sich die Filets. Der König der Tiere ist ein mieser, kleiner Trittbrettfahrer. Und ein brutaler obendrein. Wenn ein neuer Löwe ins Rudel kommt, dann verscheucht er die ganzen Männchen und beißt den kompletten Nachwuchstod. Aber beliebt ist dieser blonde Schönling trotzdem. Heia, heia, the circle of life. Arschloch. Okay, okay, okay. Auch unter Hyänen gibt es schwarze Schafe. Und unter Bakterien hast recht. Machen wir uns nichts vor. Sehr, sehr viele Bakterien, sehr viele Mikroorganismen sind Krankheitserreger. Casanova ist ja nicht heldenhaft im Duell gestorben, sondern ganz jämmerlich an Zivilis. Im Genitalbereich sind Bakterien sehr einfallsreich. Brennende Leidenschaft. Wobei natürlich die geschlechtliche Vermehrung schon auch der große Wurf der Evolution war. Das Männchen gibt 50 Prozent seiner Gene. Das Weibchen gibt 50 Prozent seiner Gene. Und daraus entsteht ein 100 Prozent neues Lebewesen. Ja, das ist für die Menschen super. Für die Weibchen oft eine Loose-Lose-Situation. Denn die geben 50 Prozent ihrer Gene ab, müssen nachher aber oft 100 Prozent der Arbeit machen. Für 70 Prozent des Gehalts. Denn die meisten höheren männlichen Wirbeltiere agieren nach dem sogenannten Fuck-and-Go-Prinzip. Fuck-and-Go, falls Sie das Englische nicht mächtig sind. Äh, es ist genau das, was Sie denken. Ja. Was sich die Natur für einen Stress macht, nur um an Sex zu kommen. Wale fressen sich monatelang am Südpol einen Ranzen an, bis sie fast platzen. Dann hören sie plötzlich auf zu fressen, schwimmen nach Südafrika und paaren sich dort, bis sie vollkommen abgemagert sind. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Erinnert so ein bisschen an Joschka Fischer. Aber wenn es um die Möglichkeit von Geschlechtsverkehr geht, machen wir die idiotischsten Dinge. Besonders wir Männer. Da führen wir eine Frau groß zum Essen aus, bezahlen ein Vermögen nur in der Hoffnung, dass danach was geht. Und da gibt es genau zwei Sorten von Frauen. Die einen bestellen beim ersten Date einen kleinen Salat ohne Dressing und ein Glas Leitungswasser. Und die Zweiten bestellen was Richtiges, möchten aber dann vom Teller des Mannes probieren. Meine Frau macht das bis zum heutigen Tag. Meine Frau möchte immer von meinem Teller probieren, sogar dann, wenn sie das Gleiche hat wie ich. Aber das Werben um den Partner ist hochkompliziert. Alleine einer Frau ein gutes Kompliment zu machen, ist ja eine Wissenschaft für sich. Neulich sag ich zu meiner Frau, du hast tolle Augen. Sagt sie, aber einen fetten Arsch oder was? Hochkompliziert. Warum also hat die Natur Sex erfunden? Und eine sehr schlüssige Erklärung ist, Sex ist gesund. Casanova mal ausgenommen. Lebewesen, die sich asexuell vermehren, sind nämlich wesentlich anfälliger für Parasiten. Das hat man zum Beispiel bei Schnecken herausgefunden. Im normalen Tagesgeschäft sind Schnecken selbstbefruchter. Bei Parasitenbefall jedoch schalten die blitzartig auf Sex um. Blitzartig im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das heißt also, der Schneckerich macht die Schnecke nicht deswegen an, weil sie so ein scharfes Luder ist, sondern weil er die Kriptze loskriegen will. So gesehen ist also Sex eine sehr effiziente Abwehrstrategie gegen Parasiten. Ein Aspekt, der bei der Partnerwerbung viel zu wenig Beachtung findet. Hallo, ich bin Vince. Lust auf ne kleine Wurmkur? Bei Mikrobiologinnen schlägt der Satz ein wie ne Bombe. Andere Frauen dagegen sind natürlich wesentlich zurückhaltender. Und das macht auch Sinn, denn Frauen müssen sichergehen, dass sie keinen genetischen Vollpfosten abbekommen. Denn sie haben bei der Fortpflanzung wesentlich mehr zu verlieren als Männer. Und deswegen achten Frauen händringend auf fälschungssichere Signale. Das sind Signale, die man nicht faken kann. Bildung, Geld, Humor. Alles Eigenschaften, die wir Männer bei Frauen nicht so wichtig finden. Uns Männer sind fälschungssichere Signale bei Frauen relativ wurscht. Wir Männer achten bei Frauen, das wissen wir alle, auf Äußerlichkeiten. Symmetrie zum Beispiel. Hat die Frau zwei Augen, passt. Ein weiteres sehr markantes fälschungssichere Signal ist übrigens auch der menschliche Penis. Also der männliche Penis, der ist nämlich ziemlich groß. Wir Menschen haben von allen Primaten im Vergleich zu unserer Körpergröße den mit Abstand größten Penis. Bin ich auch so ein bisschen stolz drauf. Der Penis von einem Gorilla ist gerade mal drei Zentimeter lang, im Arbeitsmodus. Länger muss er nicht sein, denn der Silberrücken ist sowieso der Pascha, der das Recht hat, alle Weibchen zu begatten. Der muss die nicht groß mit Performance beeindrucken. Beim Homo sapiens dagegen haben die Weibchen die Auswahl. Und deswegen hat uns Mutter Natur einen großen Penis gegeben, der die unangenehme Eigenschaft hat, versagen zu können. Und genau da schlägt das Pendel zurück. Bei drei Zentimetern steht das Ding mehr oder weniger immer. Bei 13 Zentimetern dagegen wird's schon schwieriger. Der versagt bei Stress, bei schlechter Ernährung und verrät den Frauen gnadenlos, wie fit wir sind. Großer Penis ist eigentlich ziemlich blöd. Der ist verletzbar, wenn wir mal einen Zaun springen können, schlimme Dinge passieren. Aber die Frau sagt sich, ein Typ, der mit so einem dämlichen Teil überlebt hat, der muss was auf der Pfanne haben. Fälschungssichere Signale. Wobei wir im Vergleich zum Tierreich ja noch Riesenglück gehabt haben. Der Penis, der argentinischen Ruderente, der kann bis zu 40 Zentimeter lang werden. Und so eine Ente ist nicht groß. Wenn die kopuliert, ist es eine Fernbeziehung. Und das ist wirklich ein ekelhaftes Teil. Also das hat die Form von so einem Korkenzieher und schnellt dann so raus wie so eine Chamäleonzunge. Also es ist so unfassbar ekelhaft. Das wollen Sie nicht sehen. Oder? Gut, ich hab da mal was vorbereitet. Also das ist ein Lineal. Das ist die Ente da oben. Und ich sag's vorneweg, es ist wirklich super ekelhaft. Sie können jetzt auch gerne die Augen schließen. Es ist kein schöner Anblick. Also achten Sie auf den oberen Bereich. Können wir mal den Film abfahren, bitte? So. Jetzt hier erstmal ein bisschen vorgeblänkelt. Jetzt kommt das... Bah! Boah! Und jetzt... Da! Okay. Sorry. An der Stelle vielleicht ein paar Katzenfotos. Ja. Einfach um das Ganze... So ein bisschen äh... So ein bisschen äh... So ein bisschen äh... So machen die Schwächeren, die benachteiligten Männchen. Einen genialen Trick. Sie wechseln in einer Art Travestie die Farbe. Und täuschen vor, ein Weibchen zu sein. Vom Tinten zum Tundenfisch. Dadurch kommen die an die streng bewachten Weibchen ran. Dann ändern sie wieder ihre Farbe und paaren sich mit denen. In Deutschland heißt das... Mainzer Fasenacht. Oh, 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 oh. Pasta. Pasta. Normalerweise geht der Gag mit Kölner Karneval, aber das wär net so lustig gewesen in Mainz. Ja, und das alles, weil die Natur vor 900 Millionen Jahren flächendeckend die freie Liebe erfunden hat. Daraus sind eine Menge Probleme entstanden. Andererseits war genau das auch der Startpunkt für eine unglaubliche Artenvielfalt. Innerhalb von kürzester Zeit sind die bizarrsten Lebensformen entstanden. Lustige Tiere, hässliche Tiere. Wie kann die Natur nur so etwas wollen? Unfassbar. Und die Antwort darauf liefert dieser Mann. Den kennen Sie alle, Charles Darwin. Seine Idee war so einfach wie genial. Charles Darwin hat gesagt, durch geschlechtliche Vermehrungen stehen beim Nachwuchs immer wieder kleine, zufällige Veränderungen im Erbgut. Sogenannte Mutationen. Und wenn eine solche Mutation dazu führt, dass man ein bisschen besser im Leben zurechtkommt, dann erzeugt dieser Mutant auch ein paar mehr Nachkommen. Und das Merkmal setzt sich mit der Zeit durch. So ist zum Beispiel die Büffelhaut entstanden. Weil Büffel ohne Haut immer wieder auseinandergefallen sind. Was ich damit sagen will. In der Evolution können Sie alles richtig machen. Aber sobald ein äußerer Störfaktor auftaucht, an dem Sie schlecht angepasst sind, werden Sie gnadenlos aus dem Genpool aussortiert. Was nicht immer nur schlecht sein muss. Wenn vor 65 Millionen Jahren kein Meteorit auf die Erde geflogen wäre, dann säßen die Dinosaurier immer noch im Schiffssessel. Und das muss ein galaktisches Ausmaß gewesen sein. Innerhalb von kürzester Zeit wurden 75 Prozent aller Lebewesen ausgerottet. Bei den Tyrannosaurus-Rexen lag die Quote sogar bei 100 Prozent. Falls Sie in Statistik nicht ganz fit sind, das sind ziemlich alle. Und obwohl die Ozonschicht der Erde komplett zerstört war und jahrelang kein ordentliches Sonnenlicht auf den Planeten fiel, hat eine kleine, unbedeutende Gruppe von Spitzhörnchen überlebt. Die Vorfahren aller heute bekannten Säugetiere, einschließlich uns Menschen. Ohne die Vernichtung der Dinos gäbe es das Spitzhörnchen nicht und gäbe es uns Menschen nicht. Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber erst die zweite Maus bekommt den Käse. Die Chance, dass so eine Katastrophe um uns noch einmal passiert, ist ziemlich hoch. Im Schnitt trifft es nämlich alle 50 Millionen Jahre so ein großer Brocken. Wir sind also sozusagen überfällig. Ich glaube, ich weiß auch wann. Am 31. August im Jahre 4.500. An diesem Tag endet nämlich der Outlook-Kalender. Aber auch dann wird die Geschichte der Evolution weitergehen. Mit wahrscheinlich vollkommen anderen Lebensformen. Das Tolle und gleichzeitig Verstörende an der Evolutionstheorie ist, dass sie kein Ziel kennt. Sie folgt keinem Plan. Sie ist eine Spielwiese für Gene. Und zum Schluss kommt etwas dabei heraus, was den Anschein erweckt, dass es von Anfang an geplant gewesen wäre. Charles Darwin hat uns gezeigt, dass man keinen Schöpfer braucht, um die Vielfalt der Natur zu erklären. Und er hat uns gezeigt, dass wir Menschen alles andere sind als die Krone der Schöpfung. Wir haben zum Beispiel zwei Nieren, aber nur ein Gehirn. Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn eine Niere ausfällt, arbeitet die andere weiter. Wenn das Hirn ausfällt, arbeitest du über RTL. Und obwohl uns Bakterien und Mikroorganismen bis zum heutigen Tag heillos überlegen sind, haben wir es trotzdem in den letzten 100.000 Jahren geschafft, zur dominierenden Spezies auf diesem Planeten zu werden. Warum also sind wir die Weltmarktführer und nicht das Darmbakterium? Und Forscher glauben, es liegt in der Fähigkeit des Menschen, sich in andere hineinversetzen zu können. Wir Menschen, wir haben Empathie. Und deswegen haben wir auch Humor. Selbst wir Physiker haben Humor. Zwei Kolibakterien kommen in eine Bar. Sagt der Barkeeper, tut mir leid, wir bedienen keine Kolibakterien. Sagen die zwei, wieso bedienen? Wir arbeiten seit Wochen in der Küche. Die Fähigkeit, Humor empfinden zu können, empathisch zu sein, hat natürlich auch was mit einer gewissen Gehirngröße zu tun. Und es hat sich gezeigt, dass vor rund 500.000 Jahren sich das menschliche Gehirn in einem sehr, sehr kurzen Zeitabstand fast verdreifacht hat. Und inzwischen glaubt man, dass diese enorme Gehirnvergrößerung mit der Erfindung des Kochens einherging. Das ist eine gewagte These, vor allem, wenn man sich diese Typen beim perfekten Promi-Dinner anguckt. Und man immer den Eindruck hat, da arbeitet das Stammhirn noch auf Werkseinstellung. Aber die Idee vom Kochen ist insofern nicht dumm, weil der Mensch genau zu diesem Zeitpunkt auch das Feuer entdeckt hat. Und keine drei Tage später die Grillsaison. Und ich weiß genau, was Sie jetzt sagen wollen. Was zum Teufel hat Grillen mit einem großen Gehirn zu tun? Ganz einfach, große Gehirne benötigen sehr viel Energie. Und Fleisch, also Protein, ist der beste Energielieferant. Das Problem an der Sache, um rohes Fleisch zu verdauen, braucht man einen sehr großen Verdauungsapparat. Und den haben wir Menschen nicht. Wir haben zwar dreimal so viel Hirn wie Schimpansen, aber unser Verdauungssystem ist 40 Prozent kleiner. Und diese 40 Prozent haben wir in die Küche verlegt. Wir haben also einen Teil der Verdauung outgesourced. Das ist Canickel zum Beispiel eine vollkommen andere Strategie. Canickel sind Fluchttiere und Vegetarier. Also genauer gesagt sogar Veganer. Die Hisbollah-artige Splittergruppe der Vegetarier. Fluchttiere und Veganer ist ernährungstechnisch eine ganz beschissene Kombination. Denn Pflanzen sind wesentlich schlechtere Energielieferanten. Und deswegen benötigen Pflanzenfresser einen noch größeren Verdauungsapparat. Deswegen haben Kühe auch Riesenpansen. Jetzt kann sich aber das Canickel als Fluchttier so eine fette Wampe nicht leisten. Was macht es daher? Es fermentiert einen Teil der Nahrung in einem speziellen Darmabschnitt und muss dann nach dem Ausscheiden das fermentierte Zeug zum zweiten Mal fressen, um an das Protein zu kommen. Verstehen Sie? Ich sage das jetzt nur, weil Vegan sein gerade so unfassbar hip ist. Auch wenn uns das nicht gefällt, aber unser Verdauungssystem ist eben nicht an Rohkost oder Salatteller angepasst, sondern an Aufschnitt und Gräbel. Das menschliche Gehirn hat dazu sogar ein körpereigenes Belohnungssystem entwickelt und schüttet bei kalorienreicher Nahrung Dopamin aus. Wir sind also mit einer körpereigenen Droge auf Rahmschnitzel und Sachertorte konditioniert. Und deswegen finden wir diese Kochshows ja auch so toll. Meine Schwiegermutter ist eine hervorragende Köchin. Aber seitdem diese Kochshows im Fernsehen kommen, hat die keine Zeit mehr dazu. Oh, jetzt kommt Laverlichter lecker. Und dann haut die sich ein Fertiggericht in die Mikrowelle und hockt sich vor die Glotze. In Verbindung mit diesem Schlankheitswahn wird das Ganze noch vollkommen absurd. 69 Prozent aller deutschen Frauen finden sich zu dick. Und 43 Prozent davon haben damit sogar recht. Früher ist man da wesentlich entspannter an die Sache gegangen. Meine Oma zum Beispiel, die wog bei einer Körpergröße von 1,70, satte 110 Kilo. Aber natürlich hat damals keiner gesagt, die Oma ist zu dick. Nein, die Oma hat schwere Knochen gehabt. Und auch heute noch lügt man sich in puncto Gewicht in die eigene Tasche. Aber diesmal die Schlanken. Es ist doch so nervig, wenn diese abgemagerten Models in Interviews dann so Sachen sagen wie Ich esse ganz normal. Schokoriegel. Hamburger. Schlachtplatte mit Schupfnudeln. Da könnte ich kotzen. Machen die übrigens auch. Und für so einen Schwachsinn hat uns die Natur ein großes Gehirn gegeben. Das sich übrigens in den letzten 100.000 Jahren nicht mehr wesentlich verändert hat. Unser Betriebssystem hier oben läuft auf einer Hardware, die das letzte Mal bei der Geburt von Johannes Hesers abgedatet wurde. Das, was unsere letzte Entwicklungsstufe vorangetrieben hat, es waren also nicht mehr unsere biologischen, unsere genetischen Veränderungen, sondern unsere Ideen, unsere Gedanken, unsere Innovationen. Die Sumerer erfanden das Rad, die Babylonier die Metallverarbeitung, der Baden-Württemberger den Bausparvertrag. Das hat die Welt innerhalb von kürzester Zeit komplett verändert. Ohne die Erfindung der Glühbirne müssen wir heute noch bei Kerzenlicht fernsehen. Der Evolutionsbiologe Richard Dawkins, der bezeichnete diese Ideen, diese Gedanken, diese Innovationen als sogenannte Meme. In Anlehnung an das Wort Gene. Und es zeigt sich, wenn eine Idee, ein Meme klug ist und es überleben sichert, dann setzt sie sich ganz ähnlich durch wie ein Gen, das gegen Erkältungen schützt. Und inzwischen nehmen sogar Tiere diese Meme an und geben sie weiter. In deutschen Großstädten imitieren immer mehr Singvögel die Klingeltöne von Handys. Quasi als innovativer Balzruf. In manchen Dörfern werfen sich die Amseln inzwischen sogar in elektrische Weidezäune, einfach um zusätzlich zu vibrieren. Das zeigt nicht immer, sind Meme für alle von Vorteil. Die Erfindung des Alkohols zum Beispiel ist für Asiaten nicht ganz so lustig, weil denen ein Enzym für den Alkoholabbau fehlt. Und deswegen haben die Japaner aus Rache mit Karaoke gekontert. Und wir haben mit dem Musikantenstaatel zurückgeschossen. Gut, einige sagen jetzt, wieso ist doch nett so ein Musikantenstaatel, wenn dann so 3000 Menschen bei Hansi Hinterseer mitschunkeln. Aber Vorsicht, schunkeln, das machen Zootiere, wenn sie psychische Probleme haben. Humanität ist eine typisch menschliche Eigenschaft. Deswegen heißt sie auch so. Und auch das hat was mit unserem Gehirnwachstum, mit unserer Gehirnentwicklung zu tun. Wenn wir geboren werden, hat unser Gehirn nur etwa 30 Prozent seiner endgültigen Größe erreicht. In dieser Phase sind wir vollkommen hilflos. In den ersten sechs Jahren wächst es dann auf 90 Prozent an und hat erst mit 23 Jahren seine volle Performance erreicht. Da sind wir aber schon zehn Jahre geschlechtsreif. Unser Hirn hinkt unseren Hoden zehn Jahre hinterher. Aber das ist gut so, denn diese langsame Gehirnentwicklung ist die Basis für Lernfähigkeit. Gegenbeispiel Flussbarsche. Flussbarsche haben bereits bei ihrer Geburt ein vollständig entwickeltes Gehirn. Da kommt nichts mehr dazu. Und genau deswegen sind die doof wie ein Kastenweißbrot. Lernfähigkeit gleich null. Das Flussbarschmännchen betreibt einen unfassbaren Aufwand, sich zu paaren. Aber in dem Moment, in dem die Jungen schlüpfen, sagt es sich Futter. Die fressen ihren eigenen Nachwuchs, weil sie zu doof sind, ihn zu erkennen. Ganz anders wie Menschen. Wir päppeln unsere Kinder auf, bringen ihnen Lesen, Schreiben und Fahrradfeind bei, finanzieren ihnen das Studium, die Hochzeit, die Ausbildung, stecken ihnen Geld zu, wenn sie ein Reinhäuschen kaufen wollen, nehmen ihre Kinder wieder übers Wochenende, wenn sie ihren Selbsterfahrungsworkshop machen und lassen sie schließlich wieder bei uns einziehen, weil der feine Herr Schwiegersohn seit drei Jahren eine Affäre mit seiner Sekretärin hat. So doof sind Flussbarsche eigentlich gar nicht. Zumindest ist ihr Leben übersichtlich. Und wir haben in den letzten 10.000 Jahren eine Welt erschaffen, die wir im Grunde nicht mehr verstehen. Schauen Sie sich einfach mal kurz in diesem Raum um. Lassen Sie kurz mal Ihren Blick reißen, Sie werden gleich merken, worauf ich raus möchte. In diesem Moment sehen Sie mehr Menschen, als unsere Vorfahren während Ihres gesamten Lebens gesehen haben. So viele Menschen, das stresst unser Steinzeitgehirn. Und auch Entscheidungen stressen uns. Pro Tag müssen wir in unserem modernen Leben bis zu 20.000 größere und kleinere Entscheidungen treffen. Zucker oder Süßstoff. CDU oder SPD. Scheidung oder Durchhalten. Jeden Tag. Da muss man ja wahnsinnig werden. Eine Sirene ertönt. Atomkrieg oder Mittagspause. Man weiß es nicht. Wenn Sie vor 150.000 Jahren als männlicher Homo sapiens an ein Wasserloch gekommen sind, und auf einen fremden Artgenossen trafen, da mussten Sie genau vier Entscheidungen treffen. Männlich oder weiblich, wenn weiblich paarungsbereit oder nicht, wenn männlich Freund oder Feind, wenn Feind stärker oder schwächer. In nur 0,3 Sekunden mussten Sie eine klare Entscheidung treffen. Sonst gab es nichts mehr zu entscheiden. Kein Meeting, kein Coaching, keine Mediation, kein Telefonjoker. Applaus In Grunde genommen lief vor 150.000 Jahren alles auf die Alternative hinaus. Vögle es oder töte es. Vier simple Fragen, eine Entscheidung. Und dann kam Starbucks. Wir sind die erste Generation, die bei einem Soja-Frappuccino, Grande Latte, Double Shot, in Frieden, Freiheit und Sicherheit von ganzem Herzen unglücklich sein kann. Entscheidungen stressen uns, unser gesamtes modernes Leben stresst uns. In den USA hat neulich ein Typ mit der Schrotflindel seine Laptop zusammengeschossen und das Ganze auf YouTube gestellt. So eine Art Screenshot. Da ist irgendwas mit der Installation schiefgelaufen, da ist er ausgetickt. Hasta la vista, Windows Vista. Und man kann es verstehen. Neulich schickt mir die Telekom ein neues Handy. Beim Auspacken finde ich einen Zettel. Ihr Handy funktioniert nicht, rufen Sie uns an. Deswegen besteht auch eine der Hauptfunktionen des menschlichen Gehirns in der Abwehr von unnötigen Informationen. Zumindest Informationen, die wir nicht intuitiv verfassen können. Kleines Beispiel. Welche Emotion hat dieser Mensch? Irgendeine Idee? Genau, Zorn. Zorn, Ärger, Wut. Innerhalb von Sekundenbruchteilen haben wir eine ziemlich gute Ahnung davon, wie es dieser Person in diesem Moment geht. Und das, obwohl die menschliche Psyche hochkomplex ist. Und jetzt betrachten Sie folgendes Bild. Antwort? Schon schwieriger, oder? Denken ist wesentlich anstrengender als fühlen. Und vor allem wesentlich langsamer. Einen guten Freund aus 60 Metern von hinten zu erkennen, das fällt uns leicht. Ein Computer, der kann das nicht. Der hat keinen guten Freund. Dafür kann der blitzschnell 73 mit 26 multiplizieren. Ein Mensch, der das kann hat meistens auch keinen guten Freund. Logik und Rationalität, Elemente, Eigenschaften, auf wie wir so stolz sind, sind nicht unsere Kernkompetenzen. Deswegen laufen Programme über Männer und Frauen auch wesentlich erfolgreicher als Programme über partielle Differenzialgleichungen. Was ich persönlich sehr schade finde. Alles, was mit Zahlen, mit Statistiken, Wahrscheinlichkeiten und Formeln zu tun, das mögen wir nicht. Das ist uns viel zu anstrengend, da schalten wir ab, obwohl es wichtig ist. Stichwort Partnerwahl. Wir wissen alle, 50 Prozent aller Ehen werden geschieden. Trotzdem heiraten die meisten. Man investiert sein gesamtes Leben für eine 50-50-Gewinnchance. Das ist beim Russisch-Roulette eine Quote, da drücken nur lebensmüde ab. Okay, ich bin ja auch verheiratet, aber ich bin die Sache logisch angegangen, ganz rational. Ich habe irgendwo mal aufgegeben. Wenn Sie permanent diesen Psychodruck haben, wollen wir nicht, wir könnten doch, dann ist es die rationalste Entscheidung zu sagen, na ja gut. Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen, meine Frau ist der gleichen Meinung. Guck dir doch mal Martin und Christine an, sagt sie neulich zu mir. Die sind seit 10 Jahren glücklich. Genau das ist der Logikfehler. Man sucht sich zwei, drei statistische Messfehler raus und ignoriert komplett die Grundgesamtheit. Die Wissenschaft nennt diesen Denkfehler Base-Rate-Neglects. Klingt ziemlich kompliziert, ist aber sehr einfach zu erklären. Wenn Sie in eine Buchhandlung gehen, finden Sie unzählige Bücher mit Titeln Wie werde ich erfolgreich? Die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Meistens wird ein erfolgreicher Mensch vorgestellt, der bestimmte Eigenschaften hat. Mut, Risikobereitschaft, Fleiß. Und dann wird gefolgert, wenn auch Sie diese Eigenschaften haben, läuft's. Klassischer Statistikfehler. Wir wissen nämlich nicht, wie viele Menschen ebenfalls Mut, Risikobereitschaft und Fleiß hatten und gescheitert sind. Und zwar aus einem einzigen Grund. Erfolglose Menschen schreiben keine Bücher. Ich habe nachgeguckt. Sie finden auf Amazon keinen einzigen Buchtitel, warum ich es nicht geschafft habe. in zwölf Schritten zum Loser trotz Einser Abi in der Gosse. No way. Wobei es natürlich durchaus messbare Erfolgsfaktoren gibt. Bei der Ehe zum Beispiel ist das nachweislich der gemeinsame Humor. Und ich habe jetzt ein bisschen mit meiner Frau gelästert, aber Humor hat sie. Wir waren neulich bei meinem Freund ein Pärchen eingeladen, die ihr erstes Kind bekommen haben. Kim. Sagt meine Frau, Kim, wie der nordkoreanische Diktator. Gut gewählt, so wie der brüllt. Ich fand's lustig. Die junge Mutter dagegen ein bisschen angepisst. Sagt zu meiner Frau, Kim ist ein Mädchen. Und meine Frau, ein Mädchen. Na ja, endlich mal nicht so ein affischer Name wie Leonie. Hat die Kim noch einen zweiten Namen? Ja, wir wurden seitdem nie wieder eingeladen, aber jedes Mal, wenn wir an sie Geschichte erinnern, lachen wir uns tot. Und damit sind wir fast am Ende des Programms angelangt. Tod ist ja immer so ein bisschen schweres Thema. Wir haben jetzt fast 40 Minuten, 45 Minuten über die Evolution gesprochen, aber das Thema Tod, das Thema Vergänglichkeit, da müssen wir kurz noch drauf eingehen. Ist in Deutschland ein bisschen Tabuthema. Die Österreicher sehen ein bisschen lockerer drüber weg. Auf dem Wiener Zentralfriedhof gibt es eine Kurzparkzone. Ja, wir alle müssen sterben, oder wie es der große Guru Lorenz Mayer gesagt hat, wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wird es irgendwann nochmal so weit sein. Aber die Angst vor dem Tod steckt uns in den Knochen. Dabei ist Sterben für die Evolution zwingend notwendig. Und für das Leben erst recht. Damit wir leben können, müssen sich permanent die Zellen in unserem Körper erneuern. Und dafür müssen andere absterben. Eine Hautzelle lebt vier Wochen, dann stirbt die ab. Rotes Blutkörperchen 120 Tage. Eine Leberzelle zwölf Monate. Bei manchen auch ein bisschen weniger. Man schätzt, dass alle sieben Jahre sämtliche Zellen in unserem Körper mindestens einmal erneuert wurden. Und spätestens dann sagen viele über den Partner, Mensch, der kommt mir so fremd vor. Wenn wir älter werden, erneuern sich unsere Zellen immer langsamer und langsamer, Kopierfehler häufen sich und plötzlich steht der Sensenmann vor der Tür. Früher oder später zerfallen wir alle zu Staub. Keith Richards vielleicht ausgenommen. Und trotzdem können wir uns unsterblich machen. Indem wir der Nachwelt etwas von uns gelassen. Die einfachste Form etwas zu hinterlassen. Kinder. Nicht die billigste, aber die einfachste. Unsere Gene leben in unserem Nachkommen weiter und weiter. Oder wir hinterlassen etwas in Form von einer Idee, einem Meme. Mozarts Musik, Einsteins Formeln, Davins Evolutionstheorie werden Jahrhunderte überdauern. Platon und Sokrates sind sogar so unsterblich, dass denen die griechische Regierung bis zum heutigen Tag die Renten auszahlt. Aber selbst wenn wir keine Kinder haben und keinen brillanten Gedanken, leben wir nach unserem Tod weiter. Zumindest in Teilen. Jeder von uns besteht aus 10 hoch 28 Atomen. Das sind mehr Atome, als es Sterne in unserem Universum gibt. Atome, die es schon gab, lange bevor es uns gab. Vielleicht war ja eines ihrer Atome mal Bestandteil von Kleopatras Nase oder Napoleons Knie. Mit jedem Atemzug ateln wir ein paar Atome von jedem Menschen ein, der jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Und wenn wir sterben, hauchen wir zwar unser Leben aus und unser Körper zerfällt, aber die 10 hoch 28 Atome, aus denen wir alle bestehen, existieren ewig weiter. Sie gehen in die Atmosphäre über, verbinden sich mit anderen Elementen und bilden vollkommen neue Dinge. Ein Stein, ein Baum, vielleicht sogar ein Darmbakterium. Jedes Atom in unserem Körper hat Aufenthalte in mehreren Sternen hinter sich. und wenn wir in den Weltraum blicken, blicken wir tatsächlich unseren eigenen Ursprung an. Alles, was wir hören, alles, was wir sehen, alles, was wir fühlen und alles, was wir schmecken, alles, was wir hassen und alles, was wir lieben, wurde in den ersten drei Minuten des Universums erzeugt und im Inneren der Sterne geschmiedet. Wenn wir sterben, sind wir nicht weg, nichts von uns verschwindet. Wir sind einfach nur weniger geordnet. Wir brauchen keinen dreifaltigen Gott, um unsterblich zu sein. Die drei Hauptsätze der Thermodynamik reichen vollkommen aus. Dankeschön. Applaus 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 Applaus